Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie eine bestehende Meldung in Ornitho.ch nachträglich in eine punktgenaue Lokalisierung umändern können. Sobald Sie eingeloggt sind, wählen Sie unter dem Reiter Abfragen die Option Alle meine Beobachtungen. Nun erscheint die Liste mit Ihren zuletzt gemeldeten Beobachtungen. Möchten Sie nun den Ort einer bestimmten Meldung ändern, respektive präzisieren, klicken Sie rechts neben Ihrem Namen auf das Symbol mit dem Bleistift. Damit können Sie Meldungen bearbeiten. Eine neue Ansicht mit dem Titel Bemerkungen zur Beobachtung öffnet sich. Unterhalb der allgemeinen Angaben zur Beobachtung stehen Ihnen nun drei Bearbeitungsoptionen zur Auswahl. Ein Bild hinzufügen, Meldung ändern und Ort ändern. Klicken Sie mit der Maus einmal auf die Auswahl Ort ändern. Eine neue Ansicht mit Karte öffnet sich. Wählen Sie nun den Pointer mit der Maus an. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und verschieben Sie den Pointer genau an den Ort, wo Sie die Art festgestellt haben. Lassen Sie die Maustaste erst jetzt wieder los. Klicken Sie anschließend auf den Button Speichern, um die Änderung abzuschliessen. Oben im Bild erscheint die Meldung, Aktualisierung war erfolgreich. Scrollen Sie im Fenster nach unten, klicken Sie auf den Button Zurück und Sie kehren automatisch in das vorige Fenster Alle meine Beobachtungen zurück. Ihre wertvollen Meldungen sind nun angepasst und stehen Ihnen, der Vogelwarte und den Ornitorbenutzern online zur Verfügung.